Moin Jungs, da bin ich wieder und zwar folgendes, Rockstar hat es auf ihrer Newswire auf der Social Club Seite heute preisgegeben, dass am 20. Oktober, das ist ein Dienstag, das neue DLC erscheinen wird und zwar es heißt Lowrider Update und ich stelle mir da richtig geile Sachen vor, die man dann auch geil so mit dem Rockstar Editor verbinden kann, um dann irgendwelche geile Reise zu machen. Wenn zu erstellen mit Lowrider Fahrzeugen oder geile Videos, also ich freue mich richtig drauf. Das einzige Negative, es gibt es nur für die PS4, Xbox One und PC und nicht für die PS3 und Xbox 360. Schade, aber es hat der Rockstar angekündigt, dass in Zukunft keine, beziehungsweise fast keine Updates mehr kommen werden. Auf jeden Fall geht es in dem Update durch alles rund ums Auto, da kommt jetzt eine neue Garage, das heißt Benny's Original Motorworks, da kann man dann unter sechs verschiedene Lowriders, wie ich es richtig gelesen habe, auswählen, was man zum Beispiel machen kann. Also es gibt es optische neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man Luftfilter auf die Motorhaube drauf machen kann oder auch Innenraum kann man endlich mal ändern. Also man hat die Möglichkeit zwischen Velour und Leder und ja, was haben sie noch geschrieben und komische Muster. Also man sieht es ja im Screenshot, so Stoffüberzüge, dann kann man noch die Farbe und das Design auswählen, also ich glaube, das wird richtig geil. Dazu kann man noch das Lenkrad anpassen und irgendwelche Schaltknüppel anpassen oder hinzufügen, das lässt sich jetzt nicht so klar herausfinden. Und dann gibt es natürlich die Hydraulik, dass man richtig geile Lowrider-Fahrzeuge hat und durch die Stadt hüpfen kann. Und Rockstar schreibt halt auch, je stärker die Pumpen, desto höher springt man und also ich stelle es mir richtig, richtig geil vor. Und dann kann man im Kofferraum jetzt, ich denke mal, es geht alles nur um die sechs Autos, was ich jetzt gerade aufzähle, über die sechs speziellen Autos, dass man zum Beispiel im Kofferraum kann man jetzt auch eine Soundanlage einfügen und ja, und das richtig geil ist, man kann jetzt auch, also so wie Rockstar halt schreibt, in und außerhalb vom Auto, das Auto komplett bedienen. Also man kann es anmachen, die Scheinwerfer anmachen, die Türen öffnen, Motorhaube aufmachen, Kofferraum aufmachen und das alles, obwohl man gar nicht im Auto selber ist, sondern alles über das Interaktionsmenü und das stelle ich mir richtig geil vor, so ein großes Tuning-Treff, jeder steht so außerhalb von seinem Auto und dann macht es so klack, 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 die Motorhauben gehen auf und die Lichter gehen an und der Kofferraum öffnet sich und dann hört man einen richtig fetten Sound von dem Radiosender, den man gerade eingestellt hat. Also ich freue mich richtig, richtig mega brutal auf das Update, also der Hammer. Also nächste Woche Dienstag, merkt es euch vor für das geile Update. Dann gibt es auch noch neue Missionen von Lamar, also Rockstar schreibt, dass man auf Anrufe von Lamar eingehen muss oder warten muss, weil er kämpft sich jetzt so alleine durch Los Santos durch und er braucht auf jeden Fall deine Unterstützung. Und dann steht auch noch dran, such dir deine Verbündeten aus. Also das hört sich so nach Koop-Missionen an, so ein bisschen wie die heißt vielleicht. Also ich weiß nicht, wie viele Missionen es sind, ob das dann auch komplett im freien Modus ist oder ob man wieder in die Lobby wechseln muss wegen Jobs oder so. Also keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich glaube, es wird richtig geil. Dann gibt es auch zwei neue Waffen. Einmal die Machete und eine neue MP. Ich hoffe endlich, dass die Micro-MP ersetzt wird durch eine bessere Waffe, dass man aus dem Auto rausschießen kann. Also bei der PDW heißt die, glaube ich, oder PWD, ich konnte es mir nie merken, die neue Waffe, die jetzt kam, da dachte ich mir, alles klar, die ersetzt jetzt die Micro-MP, endlich kann man mit der neuen Waffe aus dem Auto schießen. Nein, konnte man nicht, aber ich hoffe, dass es diesmal mit der neuen MP möglich ist. Dann das Highlight, worüber ich mich fast sogar wieder am meisten freue, weil ich dann einen Tag lang Autos kaufen kann, dass die vierte Immobilie kommt, das heißt die vierte Garage, zehn neue freie Garagenplätze. Es wird der Wahnsinn, Jungs, ich sag's euch. Dann hat auch Rockstars geschrieben, tonnenweise neue Klamotten, neue Frisuren, Accessoires etc. Also da kann man sich wieder richtig geil einkleiden, vielleicht gibt es neue geile Masken oder so. Und dann hat Rockstars noch dazu geschrieben, dass es drei neue Gegner-Missionen gibt. Mal gespannt, ob es jetzt nur die Erweiterung ist von irgendwelchen Belagerungszustellen. Belagerungszuständen oder was gibt es denn da noch, mir fällt jetzt gerade die anderen nicht ein, wie die heißen. Hasta la vista, ja genau, ob es einfach da drei neue gibt oder ob es drei komplette neue Modis gibt. Also das wird sich auf jeden Fall am Dienstag herausstellen. Und Rockstars schreibt, dass man auf jeden Fall auf den Newswire öfters mal vorbeischauen soll, weil nächste Woche kommen schon neue Screenshots davon. Wie ihr im Hintergrund seht, die sind ja eh schon geil und jetzt kommen nochmal neue. Also ich freue mich drauf, Jungs. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Also Jungs, ciao, haut rein, macht's gut.